Ich habe mir eure Akte durchgelesen und ich sehe, dass ihr alle körperlich und emotional fürchterlich missbraucht worden seid. Ups, das ist ja gar nicht eure Akte, das ist das bischöfliche Wochenblatt. Ich mache Witze, das war nur ein Witz, wir machen hier gern Spaß. Das ist eure Akte, ich habe das nur gesagt, um euch etwas aufzumuntern, das war nur ein Spaß. Liebe Familie, also müsste ich wissen, wollt ihr auf die Neverland Ranch in eine katholische Kirche oder nach Belgien? Aha, nein, nur Spaß, ach und Jungs, lang ist schön, wenn ihr Labor betrieben habt. Das stimmt. Interessant und hier steht noch etwas, wie lange sind belgische Mädchen jungfräulich? So lange, wie sie schneller rennen können als ihre Väter und Brüder. Das ist ein Witz, hast du den kapiert? Das ist ein Witz, wir machen hier gern Späße. Dieser Typ. Ich weiß, dass das eine schwierige Umstellung für dich ist, Eric, aber du kannst deine Enttäuschung nicht an einem Jungen auslassen, der sich nicht verteidigen kann. Was glaubst du, wo du bist an der Odenwaldschule? War nur ein...